Dann können wir hier ein bisschen Krawall stiften. Randale, Revolution, alles kaputt machen. Jawohl. Oh, heiß. Sehr heiß. Ja, falls hier eine gewesen wäre, dann wüssten wir es jetzt. Diesen Lärm kann doch sicherlich keiner überhört haben. Hier ist wieder nichts. Nichts und wieder nichts und wieder nichts. Bosch. Ich muss einfach mal loben, mit wie vielen extrem tollen Details das Wasser hier gemacht wurde. Es sieht unheimlich echt aus. Die Wellenbewegungen stimmen einfach. Die Gischt ist toll. Gut, es ist nicht ganz, ganz realistisch, wie das Wasser den Strom leitet, aber ansonsten, man kann wirklich nicht meckern. Es sieht so echt aus, dass ich zwischendurch immer wieder die Luft anhalten muss, weil ich Angst habe, dass es mich überschwemmen wird. Oh, nein, da ist ja gar nichts. Wasch. Ich höre miese Gesellen. Aber ich sehe sie nicht. Sie sind über uns. Da. 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 Da ist einer. Da. 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 Hier ist gar nichts clear! Oh, den einen hat's... Wieso hat's den einen erledigt? Hier ist niemand! Macht dir keine Sorgen! Es ist alles gut! Wie kommen wir denn jetzt an ihn ran? Hm... Wenn wir jetzt einfach da rüber laufen, sieht er uns bestimmt. Ich wechsle mal eben zur halbautomatischen Munition und dann schleichen wir uns einfach weiter. Mist! Das Schleichen bringt ja unheimlich viel! Hm... Da wechsle ich ihn lieber nochmal zur Schall-Munition, lade meinen Schuss auf und... Hab ihn! Hab ich ihn? Oh... Ich hoffe, dass seine Mutter riecht. Der war aber... Boah... Vielleicht soll ich nicht alles zerstören, nachher brauchen wir diese Gegenstände noch, aber... Andererseits könnten sie ja auch gegen uns verwendet werden. Lieber aufräumen und Punkte sammeln. Aua... Ach, jetzt explodiert doch! Dankeschön! Oh... Da ist auch noch eins... Und... Pam! Alles erledigt! Alles erledigt! Alles erledigt! Alles gut! Und... Diese Flämmchen, die auf dem Wasser wie kleine Geister umher treiben... Die sind schon ein bisschen nervraugend! Ständig wird man von denen ein bisschen angekogelt... Achja... Aber man kann ja auch nicht alles haben... Aber man kann ja auch nicht alles haben... Ne? So... Ist da oben etwa noch eine? Falls ja, wäre es ein Wunder, wenn er uns jetzt nicht gehört hat. Jaaa... Jaaa... Hallo... Kleines Schweinchen... Komm und hol mich! Jaaa... Oh yeah... Oh yeah... Den Handbier... Alles gut! Ist gut, ist gut! Alles gut! Mach dir keine Sorgen! Kate kann auf sich selbst aufpassen! Bleib du ruhig in deinem gemütlichen Büro und... Gib schlaue Kommentare von dir! Rummel... Rummel, genau... Ich bin ein bisschen enttäuscht! In solchen Büros liegt doch immer ein Dokument herum oder so! Hallo? Ich möchte was lesen! Bitte! Uh! Kommt die Munition her! Hehehe... Hehehe... Mhm... 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 Hier drin gibt es auch rein gar nichts! Hehehe... Gut... Soweit alles erledigt... Dann... Dann... Sollten wir uns jetzt unserem Auftrag zuwenden! Was ich sehr interessant finde, ist Kates Taschenlampe! Die ist selbstdrehend! Kann sogar durch ihren Rücken hindurch leuchten! Ja... Schön! Schön, schön, schön! Konsole hacken! Ha! Mein Spezialgebiet! Lasst mal den Hacker ran! Und... Zack! Zack! Oh! Civil Disobedience fühlt sich großartig! Medaille Kämpfer! Zerstöre die Zyklon-Konverter! Und dann, Kate! Jetzt! Ich muss nur die FDs abhängen! Nicht vor dir, Kate! Du musst immer noch die Gas abhängen! Wenn wir gerade irgendwas zerstört haben... ... wird es doch bestimmt nicht unbemerkt geblieben sein! Da ist Kate... Hier ist... ... gerade nichts los! Obwohl hier schon wieder jede Menge Fässer liegen! Haben wir nicht auf dem Hinweg alles zerstört? Das ist ein bisschen seltsam! Aber nur ein kleines bisschen! Okay, ich habe aber niemanden gesehen! Trotzdem... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Und äh... ... da wir ganz eindeutig eine Porzellankiste sind... ... wollen wir auch brav auf Mama hören! Hallo? Wow! Ach! Ich habe mich mehrfach gut erschreckt als vor diesem Typen! Wie mache ich den denn jetzt am besten lang? Am besten? So! Ja! Den haben wir erwischt! Den haben wir erwischt! Ja und jetzt? Wie weilen wir uns die Typen nach unten? Oh! Boah! Der hat uns gesehen! Und... ... bleib tot! Oah! Nicht wieder aufstehen! Aber das war's jetzt, glaube ich! Jetzt aber wirklich! Ähm... ...